Seenotretzung ist kein Verbrechen! Seenotretzung ist kein Verbrechen! Seenotretzung ist kein Verbrechen! Wenn wir umgeben von europäischen Regierungen, die Gesetze und Verordnungen vorschreiben, in denen es angeseitigt ist, Menschen nicht zu retten, dass Menschen es fertigbringen, Kinder ertrinken zu lassen, dass Menschen es fertigbringen, andere anklagen zu lassen, weil sie Menschenleben retten. Unsere Regierungen machen im Moment den größten Fehler, den man überhaupt nur machen kann. Kein Mensch ist in die Stadt! Leider rechts, überall! Europa betreibt eine mörderische, rassistische Abschuldspolitik, von der wir alle unsere Augen verschießen lassen. Doch dem massiven Unrecht, welches befürchtet im Moment angetan wird, müssen wir uns entgegenstellen. Wir können Deutschland Europa! Wir können Deutschland Europa! www. stern.iltrinkselnzirvs.goes.goes.goes je. www. destezk.istuck.com www.iterrinkselnzirusch.com www.terrinkselrinkloesk.goes.goes Untertitelung des ZDF, 2020